Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und wir werden heute in dieser Folge, in diesem Special einfach mal so ein bisschen darauf riffen, was mache ich eigentlich, wenn ich gerade so auf dem Weg in die Digitalisierung mit meinem Unternehmen bin. Ich bin etabliert, ich bin erfolgreich, habe aber das ganze Thema digitale Kommunikation, zum Beispiel Internetauftritt, Social Media und so weiter, ja so ein bisschen vernachlässigt, vielleicht ein bisschen schleifen lassen, weil das lief ja alles wunderbar mit meinen Umsätzen, aber jetzt ist, glaube ich, der richtige, auch gefühlsmäßig, so von der eigenen Intuition der richtige Moment gekommen, um über das Thema Digitalisierung nachzudenken. Diese Podcast-Folge hätte ich vor zehn Jahren noch ganz anders gemacht, hätte ich ganz andere Tipps gegeben. Ich bin gespannt, was heute dabei rauskommt. Bis gleich. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Warum hätte ich diese Podcast-Folge vor zehn Jahren anders gemacht? Vor zehn Jahren habe ich unter Digitalisierung was ganz anderes verstanden wie heute. Und zugegebenermaßen wirst du wahrscheinlich jetzt auch sagen, dass es von Jahr zu Jahr komplexer wird. Und das kann ich bestätigen. Das Thema Digitalisierung in einem Unternehmen sind so viele Bereiche geworden, dass dieser Begriff eigentlich nur noch so ein Sammelsurium oder so ein Sammelkasten ist von all dem, was wir darunter verstehen. Ob das digitale Unternehmensstrategien sind, also Geschäftsmodelle sind. Oder ob das digitale Kommunikation ist. Das ganze Thema Social Media. Oder auch Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Bis hin zu Customer Relationship Management, HR, Riesenthema, Nachhaltigkeit. Irgendwie hat alles was mit Digitalisierung oder Digitalem zu tun. Und deswegen ist es so kompliziert. Es greifen einfach viele unterschiedliche Zahnräder ineinander. Und ich meine, irgendjemand muss ja diese Bälle in der Hand halten oder in der Luft, am besten in der Luft halten. Und wer ist das? Wer macht das eigentlich? Und vor diesen Herausforderungen stehen viele, die schon etablierte Unternehmen haben, die super erfolgreich auch durchaus sind, das Thema Digital aber so ein bisschen vernachlässigt haben. Und ich möchte heute in dieser Folge einfach so ein bisschen mit dir darüber nachdenken, was wäre eigentlich zu tun, wenn du jetzt an deinem digitalen Anfang stehst. Also, wie gesagt, du bist ein Unternehmen oder Unternehmer, Unternehmerin, hast ein etabliertes Geschäftsmodell, etabliertes Business und möchtest jetzt darüber nachdenken, wie bereitest du dich eigentlich auf das digitale Zeitalter vor, auf die Zukunft, auf die Anforderungen, die natürlich durchaus auch von den Kunden gestellt werden. Also ganz neue Formen der Kommunikation. Wie sieht das so in drei, fünf Jahren aus? Wahrscheinlich nicht mehr so wie heute. Die Entwicklung der Digitalisierung oder überhaupt der Veränderungen der Kommunikation in der Art, wie wir Services anbieten, wie wir Markenerlebnisse kreieren, all das verändert sich exponentiell in einer riesigen und rasanten Beschleunigung. Vielleicht wie in Deutschland noch nicht ganz so beschleunigt, aber durchaus schon für unsere Verhältnisse. Das sieht man natürlich in Amerika und in Asien noch ein bisschen anders, aber für unsere Verhältnisse und jetzt natürlich auch durch Corona getrieben immens. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, hey, ein absolut vernünftiger Internetauftritt ist super wichtig, also deine Visitenkarte im Netz, wo schauen die Leute nach, gelben Seiten sind vorbei. Internet, da recherchieren die Leute als erstes, das heißt, der erste Eindruck, der zählt. Internetauftritt ist also die absolute Basis, also den zu haben, dass der professionell aussieht, darüber brauchen wir nicht reden, also dass das Branding natürlich auch entsprechend ist und dass dieser Internetauftritt eine Interaktion aufweist. Auch das hätte ich vor zehn Jahren schon gesagt. Interaktion heißt, dass die Besucher meiner Website mit mir Kontakt aufnehmen können auf unterschiedlichste Art und Weise. Auch damals schon ist das Thema Content Marketing ein Riesenthema gewesen und auch heute noch, wenn nicht sogar noch viel, viel, viel stärker, wollen die Leute auf der einen Seite wissen, wer bist du in deinem Unternehmen? Ja, also, und die wollen jetzt nicht nur ein Foto sehen auf der Website, sondern die möchten dich hören, Podcast oder sehen per Video, YouTube-Channel. Oder die wollen Content von dir, ein Blog, ein eigener Blog auf deiner Website und viele Unternehmen schrecken davor zurück und sagen, ah, was ein Aufwand, was ein kommunikativer Aufwand, diesen Inhalt zu erstellen. Es gibt Prozesse, um das zu vereinfachen, wie man das beschleunigen kann. All das lernst du zum Beispiel bei uns im Lions Circle. Auf der anderen Seite ist dieser Aufwand notwendig, denn der Internetauftritt ist dein bester Vertriebsmitarbeiter, heute mehr denn je. Und warum ist er der Beste? Der fragt nicht nach Urlaub, der will keine Gehaltserhöhung haben, ist 24-7 am Start, ist niemals krank. Also diesen Mitarbeiter müsst ihr einfach pflegen. Wir arbeiten zum Beispiel jede Woche an unserer Website, jede Woche. Nehmen neue Themen drauf, verändern Dinge, bauen einen Blog dazu, verändern den Blog und so weiter. Es ist immer ein Modeling. Und wenn du das verstehst, dass Digitalisierung organisch ist, fluide ist, verändert werden muss, genauso wie wir uns verändern. Morgen gefallen uns die Schuhe nicht mehr, wir brauchen neue Schuhe. Oder die Hose passt nicht mehr. Dann muss es eine neue Hose sein. Und all diese Sachen passieren auch im Digitalen, weil das natürlich auch wieder mit uns zu tun hat. Wir verändern uns. Warum soll der Internetauftritt gleich bleiben? Er ist ja ein Teil von uns. Er ist ja ein Teil unserer Identität. Ein Teil unserer Wertevorstellung. Ein Teil unseres Unternehmens. Und ein ganz wichtiger Teil, weil dort, das ist wie so ein Hafen, da landen die ganzen Schiffe von Interessenten, von Kunden, von Partnern, Kooperationspartnern und so weiter. Die landen dort an. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, also konvertiert, sprich die Interessenten zu Leads oder sogar Kunden transformieren kann, umwandeln kann, gewinnen kann, dann funktioniert die Website nicht und dann können wir es uns sparen. Also wenn die Website nicht für uns arbeitet, wenn die Website für uns keine Kunden gewinnt, dann können wir uns die Website sparen. Und da würde ich dann auch kein Geld mehr investieren. Das heißt, wir müssen es einfach richtig machen. Was würde ich heute empfehlen? Ich mache jetzt so einen Quantensprung, so einen Jahrzehntsprung. All das, was wir heute unter einer guten Art und Weise, wie wir uns im Web präsentieren, vorstellen oder verstehen, was wir erwarten, was wir selbst auch als Kunden erwarten würden von einem Unternehmen, all das ist der Status Quo. Social Media Kommunikation, regelmäßiges Publishing von Inhalten, Content-Erstellung, Creator werden, also wirklich auch Content selbst erstellen in Form von euch in eurem Zeithorizont möglichem Umfang. Und das ist als Unternehmer, Unternehmerin nicht immer so leicht. Da sind wir auf Prozesse angewiesen und so weiter. Aber das ist alles Standard. Wenn du das nicht hast, musst du das bauen. Wenn du das nicht hast, schließt du ganz am Anfang und du musst es entwickeln lassen. Und ich würde dir empfehlen, du kannst natürlich versuchen, dich autodidaktisch da reinzuarbeiten, aber hol dir die Abkürzungen, hol dir die Experten, hol dir die Leute, die das mit dir und für dich tun. Warum? Weil deine Aufgabe eine ganz andere heute ist. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, hey, fuchse ich da selber rein, bau einen Blog, schreib einmal die Woche einen Artikel oder mach noch dazu eine Podcast-Folge oder noch dazu ein paar Videos. Heute brauchst du dafür ein Team. Weil deine Aufgabe ist es, wie du mit den digitalen Technologien der heutigen Zeit dein Business nach vorn bringen kannst. Also nochmal zurück zur Ausgangssituation. Du hast ein Unternehmen, dein Unternehmen funktioniert. Mit funktioniert meine ich, du machst Umsatz, du machst Gewinne, du bist erfolgreich. Bist aber so ein bisschen der Hidden Champion, weil du nicht so gut präsentiert bist in den Socials oder auf deiner Website selber. Die Leute gehen nicht auf deine Website. Warum? Weil da keine Informationen sind. Da gehe ich einmal hin oder hole mir deine Telefonnummer ab oder deinen Namen der Unternehmen und dann nehme ich Kontakt auf und dann weiter, dann gehe ich nicht mehr auf die Website. Also das ist so absolute Basis. Und das, was ich mit digitalen Technologien in der Zukunft meine, ist, stell dir mal vor, du würdest dich heute schon darum bemühen, dass in drei Jahren eine künstliche Intelligenz dein Business dramatisch skaliert. Dass du dich heute schon mit der Idee auseinandersetzt, zu sagen, was kann die Technologie von heute und KI ist Technologie von heute, ist nicht von morgen, ist von heute. Aber wir brauchen natürlich einen gewissen Zeitraum, um diese Technologie auch lernen zu lassen. Also Daten zusammen, Daten zu analysieren, auszuwerten und dann in Form von Datenmodellen Lösungen zu finden, wie dein Unternehmen, je nachdem welcher Branche du bist, so zu skalieren, dass du zum Beispiel effizienter arbeitest, schneller arbeitest, dass deine Angebote personalisiert und individuell auf deine Kunden und zwar auf jeden Einzelnen zugeschnitten ist. Dass die ganze Kommunikation, also die ganze Kundenkommunikation, dein komplettes Markenerlebnis, KI gestützt ist. KI ist quasi der Prozessor in deinem Unternehmen, wie der Prozessor in meinem MacBook oder in deinem PC. Das ist Inside. Das ist das, was die Rechenleistung, die Kapazität deines Unternehmens in drei bis fünf Jahren ausmachen wird. In zehn Jahren, in den nächsten zehn Jahren, Selbstverständlichkeit. Das ist so selbstverständlich, wie, dass du auf deinem iPhone iOS als Betriebssystem hast oder auf deinem Windows oder auf deinem Google Phone Android laufen hast oder Windows oder was auch immer. Also es ist dein Betriebssystem im Unternehmen, aber es ist gleichzeitig auch so dieser Prozessor, diese Taktung, diese Smartness, die du brauchst, damit dein Unternehmen überhaupt noch, und das ist die steile These überhaupt noch, in fünf Jahren skalierbar ist. An dieser Stelle möchte ich dich gern noch auf unseren Digital Leadership Club, The Lion's Circle, aufmerksam machen. Hier treffen sich Unternehmerinnen und CEOs zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch, verbessern ihre Digitalkompetenzen zu den Themen digitale Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle in unseren wöchentlichen Live-Mentorings, um die richtigen Entscheidungen für ihr Unternehmen treffen zu können. Also, was bekommst du? Du hast Zugang zu all unseren Live-Mentorings, das sind im Moment das Entrepreneur-Mentoring und das Podcast-Mentoring, mit einem Mentor jede Woche, Aufzeichnungen der Live-Webinare, Zugang zu allen Lerninhalten auf unserer Online-Plattform, das heißt Videos, Audios, Ratgeber, Workbooks, Handouts, Checklisten, Tools, Tutorials und Ressourcen, Zugang zu den privaten Messenger-Gruppen, wo du dich also interaktiv austauschen kannst und du hast als Mitglied Sonderkondition, das heißt minus 25% auf alle Mentorings unserer Partner, wie zum Beispiel Frank Asmus, worüber ich mich sehr freue, als den Keynote-Speaker-Trainer in Deutschland. Du bist automatisch Mitglied bei uns im Genius Alliance Netzwerk und arbeitest an konkreten Projekten mit. Wir haben 100 Plätze zu vergeben, es gibt keine Vertragsbindung, du kannst also jederzeit aussteigen, also überzeug dich selbst, steig ein und mach dich fit für den digitalen Wandel. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes oder unter www.genius-alliance.com und jetzt geht's weiter hier. Stell dir vor, du würdest dein Unternehmen in fünf Jahren verkaufen. Der Käufer würde fragen, ist in diesem Unternehmen eine künstliche Intelligenz verbaut, die meine Kunden anspricht, die meine Kommunikation optimiert, die meine Prozesse noch produktiver macht, noch effizienter macht, kosteneffizienter, zeiteffizienter macht und die ganz nebenbei neue Geschäftsmodelle vollautomatisiert selbst evaluiert, selbst herausfindet, womit ich mit meinen Leistungen, mit meiner Qualifikation, mit meinen Produkten noch zusätzliche Einnahmequellen erschließen kann. Hat dieses Unternehmen diese KI, ja oder nein? Mal angenommen, du würdest heute sagen, naja, mein Unternehmen würde in fünf Jahren entsprechenden Wert haben, nach den heutigen Maßstäben, ja, dann ist dieser Wert gleich null, wenn du in fünf Jahren diese künstliche Intelligenz, diesen Chip Inside, dieses Betriebssystem, nicht nachweisen kannst. Genauso wie heute Unternehmen natürlich einen unfassbaren Wert haben oder auch Unternehmer, Unternehmerinnen einen unfassbaren Wert haben, die mit dem Wert einer digitalen Reichweite daherkommen. Heute ist der Wert, den ich an ein Unternehmen andocken kann, um mein Unternehmen noch wertvoller zu machen, Reichweite. Stell dir vor, du erreichst 2,5 Millionen Menschen mit deinem Business. Ja, also dann hat doch das Unternehmen einen ganz anderen Wert, als würdest du dasselbe Produkt, dieselben Dienstleistungen anbieten, ohne diese Reichweite. Ist doch völlig klar. Heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Der Begriff Influencer ist überhaupt nicht mehr neu, ist völlig sprachgebräuchlich geworden. Und das wird in fünf Jahren das Thema künstliche Intelligenz sein. In zehn Jahren eine absolute Selbstverständlichkeit. Und das Interessante ist, du musst heute schon anfangen, daran zu arbeiten. Das heißt, wenn du noch nicht oder wenig digitalisiert bist, und mit digitalisiert meine ich deine Kommunikation, deine Präsenz, deine Inszenierung, also die Marke spannend nach außen darzustellen, wenn das alles noch nicht digital abgebildet ist, ist das erstmal der nächste Schritt, um das zu tun. Also erstmal überhaupt einen State-of-the-Art-Zustand herzustellen, der heute im 21. Jahrhundert, heute 2021, absolut normal ist. Und dann würde ich aber unbedingt den nächsten Move machen und dieser nächste Move heißt, was passiert in drei bis fünf Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz? Und einfach mal künstliche Intelligenz eingeben bei Google oder den einschlägigen Suchmaschinen, dann wirst du feststellen, dass weltweit gesehen, also global betrachtet, das das nächste große Ding ist. Es ist so in den vergangenen Jahren immer so dahin geplätschert, niemand konnte sowas mit Machine Learning anfangen und so weiter. Also Unternehmen haben sich da nicht so wirklich herangetraut. Irgendwie gab es vielleicht mal einen Zugang in einen Inkubator oder irgendein Start-up oder sowas, was man aufgekauft hat und dann hatte man das irgendwie. Aber dadurch, dass das eine mittel- bis langfristige Strategie ist, bin ich heute gut beraten. Das ist wie so eine Investition in etwas. Also wenn du heute, angenommen der Bitcoin, würde heute bei einem Euro stehen, dann würde ich sagen, hey, kauf doch mal 100 Bitcoin. Stell dir mal vor, was heute 100 Bitcoin wert wären. Oder nimm irgendeine Aktie. Wenn du nicht an Kryptowährung glaubst, nimm irgendeine Aktie. Stell dir vor, du hättest vor, keine Ahnung, 30 Jahren in Apple-Aktien investiert oder Tesla-Aktien. Was das heute wert wäre. Und genau so funktioniert das mit dem Thema künstliche Intelligenz. Es ist nicht das schnelle Business. Es ist nicht das, wo ich sage, okay, ich baue das Ding jetzt und in drei Monaten habe ich unfassbare Wachstumsraten. Also eher selten. Sondern ich würde das wirklich als mittel- bis langfristige Strategie sehen. Aber sobald ein Unternehmen digital kommuniziert und digitale Geschäftsmodelle etabliert hat, würde ich mich unbedingt damit jetzt schon beschäftigen. Wir brauchen eine gewisse Zeit, gewisse Daten zu sammeln, zu analysieren, uns zu überlegen, was muss eine künstliche Intelligenz für mich, für mein Unternehmen eigentlich tun? Also was kann sie für mich eigentlich ausrichten? Möchte ich das für mich alleine machen? Oder möchte ich vielleicht die nächste große Plattform in meiner Branche sein? Auch das kann eine interessante Strategie sein. Warum entwickle ich das nur für mich? Baue ich doch die Plattform und verkaufe das wiederum anderen? Stelle das wiederum anderen zur Verfügung? Oder, was ich auch interessant finde, viele Unternehmen, gerade mittelständische, kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, hey Norm, super Podcast-Folge. Aber, die finanziellen Mittel habe ich überhaupt nicht, um mich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Vielleicht ein Tipp an dieser Stelle. Einfach mal schauen, mit wem könnt ihr in eurer Branche kooperieren. Einfach mal schauen, ob das in der Branche immer noch dieser Wettbewerb ist, den wir noch von früher kennen. Marktanteile. Schaut euch mal an, in welchem Markt ihr unterwegs seid. Schaut euch mal an, also wenn ich mal meinen Markt nehme, Unternehmensberater, 34 Milliarden im Jahr, Umsatzmöglichkeiten. Ich glaube, der Markt ist groß genug für alle Unternehmensberatungen. Im Grunde könnten wir uns alle Unternehmensberatungen, inklusive der Unternehmensberatung, die die letzten 20 Jahre zu verantworten haben, in ihrer Beratung von großen Unternehmen, großen Konzernen, oder denen ich zumindest eine Teilverantwortung gebe für das, was wir heute in Deutschland Digitalisierung nennen. Stellen wir uns doch mal vor, es würde diesen Wettbewerb nicht geben unter den Unternehmensberatern. Wir würden uns alle zusammenschließen und würden eine KI auf den Weg bringen, die den Unternehmen wirklich hilft, zu digitalisieren, die wirklich dazu beiträgt, dass wir in Deutschland, Europa, einen bedeutsamen Wirtschaftsstandort in einem digitalen Zeitalter darstellen. Dass wir überhaupt noch mitreden können im globalen Weltgeschehen, an den globalen Märkten. Wir sehen eine Dominanz der Amerikaner und der Asiaten, aber wir sehen wenig, wirklich wenig und wir haben ganz schlaue Köpfe, wir haben tolle Unternehmer in Deutschland und in Europa, aber wir sehen zu wenig davon. Deutschland abgehängt, wieder eine Headline in der Zeitung. So, zurück zum Punkt. Wenn du also die Kohle nicht hast, in einem KI-Projekt mit einem hochspezialisierten Experten-Team zu arbeiten, dann schau doch einfach mal, mit wem im Markt kannst du kooperieren, könnt ihr zusammenarbeiten, um so ein Team zu beschäftigen, um für euch in diesem Marktsegment eine Lösung entwickeln zu lassen und die vielleicht sogar anderen weiter aus oder anzubieten, auszulizenzieren. Also die Varianten sind gigantisch, die Potenziale unfassbar. Es ist heute natürlich ein Blick in die Zukunft, aber es ist nicht Glaskugel. Es ist nicht wie früher, dass wir gesagt haben, naja, vielleicht, vielleicht kommt das mal. Es ist ganz sicher. Und wenn dich das Thema Zukunft deines Unternehmens, also vor allen Dingen im Bereich Digitalen, wenn dich deine oder die Zukunft deines Unternehmens wirklich interessiert, was du heute tun musst, nicht kannst, das ist keine Option, ja, was du heute tun musst, um in den nächsten, sage ich mal, fünf oder zehn Jahren in deinem Markt, in deiner Branche noch mitzuspielen. Das hat wirklich eine Dramatik, ja. Das wäre auch wichtig, dass das da draußen so ankommt, ja. Dann beschäftige dich tatsächlich mit dem Thema Künstliche Intelligenz oder überhaupt mit dem Thema digitale Technologien und wie du das in deinem Unternehmen implementieren kannst. Wenn dich das Thema weiter interessiert, wenn du sagst, hey, Podcast-Folge, das war jetzt so ein Warming-up, ja, ich brauche einfach mal dazu einen Talk, ich will einfach mal mit jemandem sprechen. Ich biete euch, die ihr da draußen zuhört und diesem Podcast treu sind, ein kostenfreies Strategiegespräch an. In diesem Strategiegespräch gehen wir auf deine Punkte ein, die dein Unternehmen betreffen, also wirklich ganz individuell und ich habe da so ein paar Schlüsselfragen, die ich stelle, sodass wir in diesem Zeitfenster wirklich so eine erste Handlungsempfehlung geben können. Also wir analysieren, wo stehst du gerade oder ich gebe dir dann Handlungsempfehlung, was ist zu tun, um an das Ziel XY zu kommen, an das Ziel, was du dir setzt und was ich ergänzen werde. Ja, ich habe noch niemals jemanden erlebt, der mir gesagt hat, hey, Norm, ich möchte da hin und das war dann auch das Ziel, sondern es war immer, ich möchte da hin und was brauchen wir noch dazu, ja, um in unserer Branche Fuß zu fassen, um weiter auf Wachstumskurs zu sein und so weiter und genau das werden wir in diesem Strategiekreuz besprechen. Völlig kostenlos, schau in die Show Notes, irgendwo dort findest du den Link ansonsten auf genius-alliance.com und wenn du noch mehr Themen rund um das Thema Digital Leadership hören, lesen, sehen willst, dann schau doch mal in unserem Blog vorbei, blog.genius-alliance.com Wenn dir die Folge heute gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du einen kurzen Ausflug jetzt nach dieser Podcast-Folge machst bei iTunes und uns deine Bewertung da lässt. Wäre mega cool, ich lese jede davon und ab und zu auch mal eine hier laut vor. In diesem Sinne, nur das Beste für dich und bis bald. Ciao. Das Beste für dich sind liveuyor. Das Beste für dich ist, das Beste für dich ist, wie es doctrines